Okay, dann ruf ich mal Finn. Ja, ob das so gut läuft? Willkommen zurück, Leute, zu Spider-Man Miles Morales. Hi, Spider-Man. Finn, hey. Wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtig stellen. Bitte, komm zur Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut. Wir sehen uns dort. Immerhin trifft sie sich mit mir. Okay, Trinity Church. Dann los. Warte, warte, warte. Ich habe da gerade gesehen, dass das Päckchen da drauf liegt. Das möchte ich gerne haben. Finn, komm zur Trinity Church. Perfekt. Alles klar, da haben wir es doch. Die ist von einem Ausflug zu Wakanda Design Group Expo. Ja. Finn sah die ausgestellte Technologie und schrie, ich will Ingenieurin werden. Cool. Das blieb wohl so. Alles klar, Leute. Wie gesagt, schön, dass ihr mit dabei seid. Sorry, wenn jetzt am Sonntag kein Part kam. Ich hatte noch einen auf der Pfanne, habe ich gar nicht gewusst. Ja, und sorry, wenn jetzt manchmal Videos nicht kommen. Ich will nicht immer, wie gesagt, darauf rumreiten auf dem Thema, aber mir geht es halt gerade nicht so gut. Und das wird schon wieder, macht euch keine Sorgen. Hauptsache es kommt wieder Spider-Man. Und ich weiß, manche würden jetzt auch sagen, hey, warum machst du nicht lieber ein bisschen mehr Demon Souls als Spider-Man? Ich will beiden so ein bisschen gerecht werden. Und ich habe auch natürlich Bock hier rauf. Deswegen kommt auch weiterhin Spider-Man. So. Jetzt haben wir hier Spider-Verse. Klassischer Anzug. Ah, ich weiß nicht. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde die alle ziemlich geil. Wollen wir uns den hier holen? Miles Morales 2099. Schaltet frei Venom-Unterdrückungs-Widerstand. Reduziert die Dauer der Roxxon-Venom-Unterdrückung. Tarnung aktivieren, um Roxxon-Bolas sofort zu entfernen. Machen wir das mal. Ja, sollen wir nehmen? Ich weiß nicht. Verlangsamt im Ablauf der Tarnungszeit bei Nicht-Bewegung. Hm. Hm. Ja, ich habe es ja schon gewählt. Alles gut. Wow, wow, wow. Die Augen, wie sie leuchten. Da ist noch was zum Samplen. Habe ich jetzt aber nicht so Böcke. Das ist ein bisschen schwierig alles. Das ist ein Einbruch. 100. Hallo, Freunde. Hier ist der Bellicast mit unserer Diskussion. Das ist ihr Intro. Schwach. Unter uns Profis nennen wir das den Aufmacher vergraben. Mehr. Hi. Darf ich mal was fragen, Danny? Denken Sie hier darüber nach, was Sie hier anzetteln? Über Ihre journalistische Integrität. Mehr als andere. Denn Ihr haltloser Feldzug gegen Roxson ist einem echten Journalisten wie mir schleierhaft. Sie sollten stattdessen den jungen, unerprobten Selbstjustizler attackieren, der ständig Probleme in Harlem macht. Was? Sie verdrehen alles, was Spider-Man tut, zu etwas Bösem, während sie gleichzeitig alles entschuldigen, was Roxson tut. Sie würden Spider-Man sofort unterstützen, wenn seine PR-Abteilung besser wäre. Oh nein, 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 nein. Die einzigen Probleme, die Spider-Man löst, hat er zuvor doch selbst verursacht. Ich lobe doch keinen Brandstifter, der sein eigenes Feuer löscht. Roxson hingegen baut eine hübsche Plaza in einem kaputten Viertel. Wow. Für die Sie Häuser und Geschäfte abreißen. Unser neuer Spider-Man beweist, dass Harlem nicht so kaputt ist wie Roxson tut. Und Sie, Mr. Jameson. Dafür, dass Sie New York angeblich so leben, hassen Sie die New Yorker ganz schön. Sie sind eindeutig eine sehr emotionale junge Frau. Also lasse ich hier Gnade vor Recht ergehen. Jared, auflegen! Wessen Idee war eine Diskussion mit einem Teenager? Es sieht nie gut aus, wenn man ein Kind vernichtet. Hol das Auto, ich brauche eine Massage. Hallo? Hallo? Was für ein Idiot? Ja, er ist weg. Okay, danke für die Diskussion, die Sie wollten, Mr. Jameson. Und der Rest achtet bitte darauf, jede halbe Stunde aufzustehen, wenn er am PC arbeitet. Bye! Oh Mann, dieser JJ. Komm, kleiner, alle! Leute, das ist dieser neue Spider-Man! Mächt' mich bloß! Okay. Okay. Ihr Vollposten! Der Mann hab' ich nicht runterfallen lassen, ja? Lernt daraus und tot ist nie wieder. Okay. Ah, ich glaub' hinschwingen dauert ein bisschen lang jetzt, ja? Aber komm, man kann hier noch ganz coole Sachen machen, wenn man... Oh! Wenn man diesen... ...diesen Drop macht, des Runterfalls. Ach komm, weißt du was? Wir machen hier noch das Ding sauber kurz. Diese blöden Arschgeigen hier. Hey Miles! Ich sagte doch, dass ich jemanden kenne, der zum Underground recherchiert. Hier ist sie. Hi, äh... Spider-Man? Ich bin Danica Hart. Ich plane eine Podcast-Reihe über den Underground. Und dein Techniker sagt, du könntest Hilfe gebrauchen. Oh. Wow. Äh... Ich bin ein Riesen-Fan. Tatsächlich bin ich gerade in einem ihrer Verstecke. Irgendwelche Tipps? Du bist ein Fan? Wow. Na klar! Okay. Sorry. In ihren Verstecken sind Störsender, damit die Polizei sie nicht findet. Wenn du sie deaktivierst, schicke ich die Polizei, um sie auszuheben. Wird gemacht. Danke für die Hilfe, Danica. Ah, ich mag sie. Sie ist cool. Lieber als JJ. Obwohl der auch irgendwie witzig ist. So, wie kriege ich euch hier? Säcke. Ah, Mist. Dich kriege ich. Bam! Diese blöden Schütze da ausschalten. Die sind echt frustig. Frustig schwer. So, hab ich dich. Bam! Aber ich werde das mal wieder... Ich werde das auf jeden Fall wieder so einstellen, dass ich mehr auf Stealth bin jetzt. Dass ich das vielleicht mal ein bisschen ruhiger hinkriege. So, Netzlug-Takedowns, wenn du gut tarnt bist. Können sie nicht hören. Ja, kurz über den Guntarn-Modus aktivieren. Rocks unter der Drückung, würde ich sagen. Nehmen wir mal... Äh... Ja, bei Tarnung, bei Nichtbewegung. Hört den Schaden geworfene Objekte. Angriff nach perfektem Ausweichen. 50% mehr Schaden. Nehmen wir das mal. Ja. Und jeder sechste Treffer in einer Kombo fügt der Gegner einen Venom-Schocker zu. Das ist auch ganz cool. Bam! Upsala. Natürlich hab ich's wieder gehört. Die Schweinebacken. Bam! Wo ist der gerade hin? Ist der gerade durch den Boden, oder? Ich versteh's nicht so ganz. Zack! Bam! Ist da über dir was? Kannst du alleine nicht gewinnen! Und weg mit dir! Ich sag ja, die Schützen mag ich am allerwenigsten. Upsala. Oh, wenn du im Schlag 5 und 5 Gegner mit Reißobjekten Schaden zufügen. Na toll. Sag der mir jetzt. Na klasse, Reißobjekte sind wahrscheinlich nicht die zum Werfen. Sollte irgendwas zum Umwerfen, so ein Regal oder so. Uh-huh. Die waren doch mit dem Dämonen erledigt. Der Underground wird hier im Spurium der Dämonen dann einfach übernommen. Die Dämonen haben einfach übernommen. Wie viele Spine hat es in dieses Geld? Überlegt! Der Underground ist keiner auf! Der Underground ist nicht so. ja Oh, ihr Arschgeig. Alter. Das war's für dich, du Schwein. Oh mein Gott, was für ein blöder... Was für ein arschiger Kampf, oder? Arschige Typen, arschige Kämpfe. So macht man Sender richtig aus. Den Underground-Dämonen-Konflikt für meinen Podcast aufzubereiten. Danke, Spider-Man. Dann kann ich ja gehen. Ja, super. Puh, aber ich hab nicht mal alles geschafft, die ganzen Herausforderungen ist immer dasselbe. Okay, dann gehen wir mal... Oh, das ist echt am anderen Ende der Stadt hier. Guck mal, wieder Nebenmission. Letzter Test. Ach, das war das von Spidey, was war uns da... Ah, okay, okay. Machen wir leider nächstes Mal. Wir machen jetzt erstmal eine Hauptmission. Diese ganzen Sammelsachen werde ich dann auch mal machen, irgendwann. Upsi. Kommt Ihnen das bekannt vor? Spiderman verfolgt Schurken durch die Stadt. Sachschädung in Millionenhöhe. Wir ermitteln noch immer die Kosten von Rhinos Amoklauf. Und dann das mit der Brücke. Und jetzt will der Junior-Missetäter wohl den Head-Train mit seinem neuesten, besten Feind. Tinkerer, die sollten sich ein Zimmer suchen, am besten eine Knastzelle. Und ihre Differenzen privat beilegen. Irgendwo weit, weit weg von New York. Und ich meine, wenn nicht Jersey, sondern Oregon oder sogar Alaska. Dann hätte ich vielleicht mal einen ruhigen Abend zu Hause. Und könnte mir Kochsendungen ansehen, ohne dadurch gestört zu werden, dass mir irgendjemand die Feuerleiter von meinem Haus reißt. Mist. Da fällt mir ein. Gerald, hast du meine Aufnahmen vorge... Wow. Ach Jay. Was für eine Art, mir zu sagen, dass du Spiderman bist. Was, wenn du jetzt tot wärst? Ich soll mich schlecht fühlen, weil du mich töten wolltest? Ich will, dass du mich nicht weiter belügst. Du durftest in den Underground, weil ich dachte, dass du's verstehst. Ich verstehe es ja. Was Krieger mit Rick gemacht hat. Roxson muss büßen. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg, ihn zu schlagen. Du musst mich das durchziehen lassen. Bitte. Ich kann nicht. Ich hab was versprochen. Ich auch. Warum sind wir hier? Wir waren hier mit Dad. Zu diesem Konzert. Sieben Chöre aus sieben Ländern. Weißt du noch? Ghana war am besten. Ghana war nicht dabei. Du meinst Guinea. Also ich glaub, es war Ghana. Guinea, Belize, Polen, Kuba. Südkorea, Thailand, Venezuela. Hast recht. Hab ich meistens. Meistens. Was? Was? Und schon wieder Rhino, der Penner. Ich bin ganz schön enttäuscht, Mama. Krieger. Ja. Bei Miss Mason? Wusste ich irgendwie, dass es nicht leicht wird. Aber du? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide uns einig werden. Wo sind wir? Du bist hinter den Kulissen. Das ist unsere sicherste Anlage. Hier dran geht es ans Eingemachte. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Hm. Als ihr Bruder und ich das Nuform entwickelt haben. Du hast nur deinen Namen aufs Patent gesetzt. Er sagte, dass du nichts kannst, außer anderer Leute Ideen zu verkaufen. Tja, dafür habe ich noch einen Puls, Kleine. Aber genug davon. Nicht wahr? Ja. Zuallererst... werde ich dich jetzt... Wow. Das ist großartig. War das ein Abwehrreflex? Oh Mann, echt heiß. Also... Ich werde dir diese Maske abnehmen. Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst. Den Duft hochmoderner Biotechnik. Und weißt du noch, was das für mich riecht, Kleiner? Nach einer Menge Geld. Okay. Ich geh jetzt zum Sport. Heute sind die Beine dran. Quetscht aus ihr raus, wo mein Nuform ist. Sonst kann ich die Plaza nicht öffnen. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Ganz ohne Kameras. Oh, ihr Pennergesichter. Megabern im Attacke. Ihr Pissfrösche. Ach du Scheiße. Ich bin ganz schön zäh. Suchen wir einen Ausgang. Roxxon hat Rhino behalten, anstatt ihn der Polizei zu übergeben. Das ist verrückt. Was Roxxon angeht, überrascht mich nichts. Nichts mehr. Alles okay? Ja. Sobald wir hier raus sind. Boah, diese Schweinebacken, oder? Aber immerhin haben sie das jetzt aus Malz rausgekitzelt. Finde ich schon irgendwie ganz fesch. Diese Fähigkeit. Was nehmen wir da noch? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal was, was ich jetzt gerade nicht brauche. Lufttricks. Zusätzliche Wendemkraft, ja. Die Wendekrafterzeugung erhöht sich, wenn die Gesundheit sinkt. Ja. Nehmen wir das. Was haben wir hier? Perfektes Ausweichen. Wendem Schock, ja. Lassen wir einfach mal. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Easy. Dieser dumme Krieger. Arschbacke. Was hast du gefunden? Arschbacke. Da ist der Ausgang, durch das Büro. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Die Tür ist versperrt. Benham hat die Zelle geknackt. Sollte auch bei der Tür gehen. Wenn ich rausfinde... Hallo? Upsi. Bin schon unterwegs. Finde ich gut, dass die beiden zusammenarbeiten. Aber war ja auch irgendwie logisch, oder? Die logische Schlussfolgerung, wenn man überlegt, dass beide fürs Gute eigentlich kämpfen. Die Sicherheitsstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind tot. Bestimmt hat Rhino sie ausgeschaltet. Er wollte die Gefangenen verhören. Der andere Typ bringt sogar Spider-Man zum Singen. Mach ich gleich. Ich fange gerade Sorge. Ich muss erstmal ein paar Leute hier markieren. Läuft die Patrouille. Läuft die Patrouille. Oh, da läuft mir direkt noch einer ins Netz. Also schön, macht ihr mal weiter mit eurer Bereichssicherung. Ich sichere mal den Bereich für uns. Du hast dir schon bei der Plaza eingeteilt? Sie schieben Überstunden, damit sie nächste Woche öffnen können. Ja, ich bin als nächster dran. Die ganze Zukunft des Unternehmens scheint davon abzuhängen. Da war was. Moment. Ja, Sir, ich bin auf. Ja, Sir, ich bin auf. Bisschen klebrig an der Decke. Damit hast du nicht gerechnet. Komm, wir müssen auf. Das reicht. Entschlüsselung läuft. Okay, bereit für den nächsten Computer. Muss wachsam bleiben. Finn, wir müssen reden. Die Plaza zu sprengen ist keine gute Idee. Die Stadt mit einem gefährlichen Brennstoff zu vergiften auch nicht. Ja, aber es muss einen anderen Weg geben, sie zu erledigen. Strategien können fehlerhaft sein. Die Entscheidung, Freunde anzulügen. Aber lass uns erstmal hier rauskommen. Gut. Aber wir reden nachher drüber. Nochmal absuchen. Bleib mal nass. Okay, ich schließe das Schloss kurz. Du musst die Überschreibung aktivieren. Bin dran. Okay, die sind alle erstmal ruhig gestellt. Sieht aus wie eine Art Datenarchiv. Was wohl auf den Computern ist? Guck mal, diese ganzen geschredderten Dokumente hier. Können doch noch Post-its sein. Ich doch nicht. Würde ich niemals machen. Oh, Rhinos Rüstung, ha? Mehr Info zu Rhino. Ja, er sagt, dass er den Anzug loswerden will, aber mal ehrlich. Der Metalleinteiler ist der einzige Grund, warum die Leute ihn kennen. Verbessert seine Rüstung. Wir helfen ihm, Spider-Kid zu erledigen. Dann wird er ihn erhalten wollen. Dieser Kerl manipuliert alle und jeden. Wie er ihn so abfällig Spider-Kid nennt. Notizen zu Roxons unabhängigen Vertragspartner. Wir brauchen jemanden von außen, der Tinkerer und Spider-Man verfolgt. Tombstone schadet aus. Black Hat ist jetzt sauber. Vorerst. Was ist mit dem Lila-Typen? Wo ist er hin? Wie ist er noch? Oh, ja. Ja, perfekt. Der Lila-Typ? Das ist doch nicht... Nein. Die Widow ist ja auch nicht böse. Äh, die Black Cat meine ich. Die klaut ja nur gerne. Überschreiben aktiviert. Da ist ein Sprachmemo drauf. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir ihnen? Unser Mann im Raft bereitet ein spezielles Freigängerprogramm vor. Sagt der Polizei, Rhino macht gemeinnützige Arbeit. Dass sie damit davongekommen sind. Gemeinnützige Arbeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, da kommt noch irgendwas. Okay, ernsthaft. Wieso Tinkerer? Es ist... ein Spitzname. Von Rick. Wenn wir in der Werkstatt gearbeitet haben, hat er mich immer kleine Bastlerin genannt. Weiß auch nicht, ich denke dadurch an ihn. Das wusste ich gar nicht. Schöne Geschichte. Also mit der Schleppe könntest du auch von Assassin's Creed sein oder von... von, von, von Watch Dogs. Seht euch diese Klamotten mal an, diese Schleppe vorne und hinten. Das ist so typisch diese super modernen Klamotten, die sie uns verkaufen wollen, Ubisoft. Irgendwie. Wenn wir zusammenarbeiten könnten, könnten wir viel Gutes für New York tun. Ja, aber nur, wenn wir uns wieder vertrauen könnten. Ach komm. Ich meine, du hast auch eine Maske getragen. Sie gehen erst, wenn ich meinen Ufo habe. Ich sollte gar nicht hier sein. Dein Schläger sollte sich nur das Mädchen schnappen. Ja, das gefällt dir nicht. Aber weißt du, Spider-Man ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. zusammen. Ich meine, du hast sie gefangen, aber dank deiner Infos. Otto, läuft da doch irgendwas mit den beiden. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst. So... ...väterlich. Lasst Spider-Man gehen. Ich hole euer Newform. Spioniere den Underground aus. Was auch immer. Siehst du? Druckmittel. Funktioniere immer. Mein... Spider-Man! Was macht er denn? Du solltest bedenken. Ich weiß einiges. Das Newform gefährlich ist, was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird. Ja, wird es aber nicht. Also hör mal. Als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir... ...gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also... Wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Aber das ist... ...eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Ja... Bye! Oh, jetzt wird es glaube ich ein bisschen eng, wenn er... ...wenn er merkt, dass... Onkel Aaron. Nein. Okay, eigentlich weiß er das ja schon längst. Wolltest du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Nein, nein. Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich... ...verpfeift. Ich glaub's nicht. Du hast mich in eine Falle gelockt. Warum höre ich dir überhaupt noch zu? Finn, nein. Es muss eine Erklärung geben. Ich wusste nicht, dass das passiert. Spars dir einfach. Los, gehen wir weiter. Willst du das aus? Ja, klar. Ich glaub auch nicht, dass... ...das Aaron das wollte. Er hat ja immer gesagt, lass... ...hier, lass ihn raus. Wir lassen alles abregeln. Das ist der Kontrollraum, in dem wir müssen. Also müssen wir an den Rolltorn vorbei. Hier ist ein Wartungsfeld, aber es braucht Strom. Mal sehen, was ich tun kann. Das muss an einem Generator hängen. Hm. Nur ein bisschen Wennne, dann haben wir Strom. Äh, hallo? Hier zum Beispiel? Ne. Wo ist denn hier der Generator? War hier der? Da unten, bei den Maschinen. Jaha. Wo ich reingekommen bin, war ein Generator. Ja, du zeig's mir doch bitte mal an. Da läuft... Ah, jetzt seh ich das Kabel auch. Meine Güte. Hier steht so viel Zeug rum. Woher soll ich das sehen? Bam. Es kommt bestimmt wieder Gegner. Ich weiß es doch. So, du hast Strom. Ich versuch's. Ich kann die Rolltore nicht kurz schließen. Nur Maschinen bewegen. Den Kran zum Beispiel. Vielleicht nutzt uns das was. Ich seh mich um. Hier bauen sie Motoren für ihre Transporter. Hey, der Kran ist jetzt über dem Motor-Ding. Motor-Ding? Ich hab ne Idee. Okay. Das Motor-Ding. Willst du den Kran wieder zum Fließband bewegen? Ja, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Zum Fließband-Ding. Okay, der Laser sollte den Motor aktivieren. Ah, Mist. Laser-Kurzschluss. Ich kann den Strom umleiten. Okay, aber wohin? Nur ein Kurzschluss. Der Laser funktioniert. Mit ner neuen Stromquelle. Wo soll ich das denn hinleiten? Hallo? Wer schießt nicht? Ah. Das geht doch aber nicht. Ich muss doch den Kran wieder... Alles klar. Jetzt sollte es zu gehen. Jetzt. Perfekt. Schalt den Laser ein. Ein Laser? Bitte sehr. Perfekt. Wenn ich den Motor überlade, wird er exklusiv. Und exklusiv ist gut, wenn wir die Rolltore zerstören wollen. Runter! Und jetzt. Fast geschafft. Wow. Nicht schlecht. Da kommen wir raus. Gib mir ein paar Minuten. Sie wissen, was wir vorhaben. Kein Wunder. Es gibt nur einen Ausgang. Okay. Ich kümmere mich um die Wachen. Du machst diese Tür auf. Eins noch. Hast du je überlegt, mich anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist? Weißt du, nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Sinn. Mach die Tür auf! Das hält nicht ewig! Geh! Ich komm klar! Geh schon! Ich wollte gerade sagen, müsste das jetzt diskutieren. Aber sie hat schon recht, ne? Es ist... Er hat's ja auch vorgehabt. Wirklich. Die Typen mit den Lampen am Helm erkennen Wärmesignaturen. Sie sehen dich auch, wenn du unsichtbar bist. Das ist ja cool. Die Typen aus ihrer Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Vermutlich Millionen von Dollar an Schwarzgeld. Mach den Weg frei. Ich überbrücke die Sicherheitsvorkehrungen. Dann geht's raus. Ich hab immer noch Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. Yeah! Ja! Na? Hey! Wie? Ich wurde fast entdeckt. Krass. Dieser Sektor ist sicher. Ja! Immer so einfach. Aufwand Goliath. Du widerlicher mit deinem Hitzesignaturteil, was keiner braucht. Ein weiterer Sieg für Spider-Mail. Ein weiterer Sieg für Spider-Mail. Rx75, wie ist der Status? Keine Antwort. Checkt seine letzte Position. Ja, Sir. Wird gemacht. Oh, was? Sie wissen, dass du da bist. Sie rufen Verstärkung. Mach ich's jetzt auf die laute Art. Das ist wieder... Total bescheuert. Ja. 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 Und tu nicht so, als würde ich das nicht durchdacht. Niemand wird verletzen, wenn ich die Kaser sprengen. Niemand außer Rocksony. Du weißt, sie haben verdient. Gut. Versprich mir, dass wir darüber reden. Ich werde noch zuhören. Gut zuhören. Ich habe welche entschieden, meint. Binde dich endlich damit ab. Dann muss ich dich aufhalten. Damit musst du dich abfinden. Hab's geschafft. Wir treffen uns im Ausstellungsraum hinter dem Fließband. Sehen uns dort. Mann, Mann, Mann. Die haben aber auch jetzt die Themen, ne? Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei Maskierten den Leuten reicht. Es muss irgendwie gehen. Hallo, wir sind Spider... Spider-Kids? Die Leute lieben Spider-Kids. Da ist der Ausgang. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle nur vom Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Das kann Rockson vernichten. Shit! Gefällt dir der neue Look? Immun gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist ein Ende. Oh, ha! Oh, ha! Über den Trino! Ich nehme die Waffen! Fahren wir spazieren? Ah! Ich steuere ihn Richtung Panzer. Hoffnung, er schlägst seine Rutsch. Wir müssen die Panzer rumknacken. Du bist ein würdiger Gegner. Ich schenke dir einen guten Tod. Tod? Das kann man wohl irgendwie als Kompliment sagen. Du musst deine Wüstung treffen. Und ich schlag dich wieder nieder. Aber ich muss dich nur einmal treffen. Halt ihn unten! Bringt mir auf! Sehr gut! Mach dich fertig! Na toll, dann mach die Ecke kaputt! Die Ecke kaputt! Die Ecke kaputt! Hey, halt das mal bitte! Kommt, man hat bei der Entwicklung der Rüstung wohl nicht an explodierende Motorklöcke gedacht! Du musst ihn erledigen! Für immer! Ich weck mich zurück! Sowas machen wir nicht! Und deshalb wirst du verlieren! Die Rüstung ist deaktiviert, du bist ran! Okay! Jetzt gibt's Blitze! Danke für ein paar Stromschläge! Aua! Ich kann dich nicht leiden! Halt ihn auf, Spider-Man! Hey, was soll das? Halt ihn auf! Ich will nicht! Lass ihn nicht! Lass ihn nicht! Lass ihn nicht! Lass ihn nicht! Das war's, du Schwein. Kriegers Daten werden Roxxon vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. War sehr absant. Klappe. Er hat auch gesagt, es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen. Er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlen. Du musst es zuschauen. Hilf mir aus. Ja, alle sind traurig und weinen, dass Shrino jetzt vielleicht tot ist. Finn, was zur Hölle hast du? Du hast die Brücke gestrengt. Mein Labor zerstört. Mich ausgeliefert. Finn. Finn, der Reaktor. Beim nächsten Mal. Tätig dich. Du gehörst zur Familie. Meine Familie ist tot. Ich brauch Hilfe. Ach, scheiße, Finn. Gut, wir machen dir aber leider Schluss, Leute. Das war's für den Part. Nächstes Mal geht's weiter mit Spider-Man. Ich freu mich drauf. Ja, vielleicht auch nicht. Ach, Mann. Mal sehen, wie es dann Miles Morales weiter ergeht. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Liken. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.